Willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Dead by Daylight, mit dem Paar, mit dem Schläckball, mit dem Luna und mit dem Devil. Hallo. Und heute spiel ich mal das Monster. Ja, was hast du für Monster? Sag ich dir doch nicht, Alter. Oh, das ist aber gemein. Schau einfach mal eine Folge an. Maschum kann heute auch wieder nicht schlechter sein als ich. Sehr gut, sehr gut, ey. Das wirst du gleich sehen. Oh, es wurden wieder Opfer gebracht. 28 Schnapsflaschen und ein bisschen Kraken und Klas versteckt. Oder Koks. Ja, eins von beiden. So! Bin ich mehr gespannt. Mal gucken. Wenn das Maisfeld käme, wäre natürlich süß. Obwohl es gerade eben auf dem anderen Platz auch spannend war. War auch cool, ja. Das war auch geil, ja. Irgendwie spüre ich gerade die Spannung mehr als die letzten Male. Das stimmt. Ich habe großen Hunger. Ich habe auch Hunger auf Menschenfleisch. Das glaube ich sogar. Was viele gar nicht wissen, Maschum ist privat auch Kannibale. Natürlich. Ja. Du bist Vegetarierin, aber er ist Kannibale. Ich bin ein veganischer Kannibale. Kannibale, genau. Also wie die normalen Veganer. Ja. Yes. Faule Gefälder, jawoll. Nice. Alter, was geht denn da ab, ey? Da bringen sie meinen Opfergaben ja doch drauf. Aber das ist eine andere Farm, ne? Das ist eine vierte Map irgendwie. Ne, das ist dieselbe. Das hieß aber vorhin anders. Das ist vorher nicht Anwesen. Das ist jetzt faule Gefälder. Doch, doch. Das ist eine andere Map. Bullshit. Nein. Guck doch mal. Das Dings in der Mitte fehlt. Es sind viel mehr Maisfelder dabei. Wir haben heute in einem Rutsch. Alter Schwede, ist das ein riesiges Maisfeld. Lalalala. Der Maschum ist unterwegs und wird uns alle holen. Alter, Maisfelder sind aber auch... Geil, oder? So richtig. Ich muss immer gleich an Outlast denken. Oh, das neue Outlast. Hallo. Und der Erste muss dann glauben. Okay. Okay. Komm mal her. Er hat den Segenmörder. Der Schwimmel ist, der wird sich jetzt für alles rächen. Mhhh. Das ging echt ganz fast jetzt. Ich bin dem voll entgegengelaufen. Ich Idiot. Es hätt aber auch oft meine Dings hören. So eine Musik. Oh shit. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Nein. Nein, 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 nein. Ich wickel, ich wickel, ich wickel, ich wickel. Wickel. Schneller wickeln. Nein, 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 nein. Komm, komm. Und zappel nicht so, okay? Schneckball, wir müssen. Ja. Du musst zart bleiben, Junge. Siehst du Schneckball wo? Das Fleisch, zart. Was? Siehst du Schneckball wo? Nein. Oder was wo? Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist ein richtig blöder Spot eigentlich. Hier. Da hängt ja der Lune. Unverfoult. Okay. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt dran weg. Hallo. Erstmal helf ich dir kurz runter. Nein, 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 nein. Das machst du nicht. Oh fuck you, Alter. Das ist lame. Das machst du nicht. Alter, hau ab mit deinem Finkling. Double Teamwork. Schade. Da. Am besten ist, wenn man nackt rennt. Weniger Luftwiderstand. Ja. Man fällt dann auch weniger auf. Wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Was geht mit dir ab, du kranke Sau? Das war von Enderal. Tut mir leid. Achso. Danke. Dafür bin ich da. Nicht so schnell rennen, du weißt ja. Sonst hinterlässt du Kackespuren auf dem Boden. Ach recht, auch beim Rennen? Da bist du! Oh. Oh. Was geht mit dem Schlaf? Ihn den Hacken habe ich schon kaputt gemacht. Oh, sehr gut. Ich glaube, du musst den da rum noch kaputt machen. Reicht noch. Da ist der Ohr. Da ist der Ohr. Ich muss wirklich wieder Hacken rutsch machen. Pala, da bist du ja! Ich glaube, kein Bullshit. Okay, ich bin mal ein. Der ist einfach klein, Alter. Das ist so mega ekelhaft. Er kommt. Was? Wo hat den Lust an mich? Angstschweiß. Fuck it. Achso, du bist die kranke Sau, Alter. Komm her! Betsy, meine Kettensäge dürst jetzt nach... Betsy! Die Sache erst. Betsy! Okay, der ist der Generator. Ihn sollten wir nicht Killer bleiben lassen. Das ist krank. Junge krank. Da musst du ja in Therapie. Musst du meinen Generator leider verlassen gerade. Dafür kriege ich euch nicht. Das ist das Dumme. Hallo! Boah! Sehr unauffällig immer wieder. Er hat ihm leicht ins Ohr geflüstert. Oh, es tut mir so leid. Was machst du denn, Daniel? Was machst du denn, Daniel? Kann ich nicht auf dem Boden liegen, sonst will ich sogar lachen. Ja, ist ja egal. Ich wigger hier ein bisschen vor mich hin. Warte, da ist ein Haken. Direkt vor der Haustür der Haken, ey. Wunderschön. Wunderschön. Aber ich lebe noch. Das ist gut. Ich muss aber kämpfen. Scheiße ich kämpfen jetzt um dein Leben. Versaust dich. OOiINN! Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Er muss kämpfen sonst wird er. Na naaaa... Na, na naaa.... Dodo dodo dodoaaaaa... Ups, und noch mal. Ich glaub er ist weg, ich weiß es nicht genau. Nein, ich hör doch den Herzschlag, er ist noch da. Okay, dann rennt weg Leute, es macht um mich keinen Sinn mehr, ich bin gleich tot. Guckt euch um euren eigenen Scheiß, ich beobachte euch einfach nur. Das ist ziemlich ungünstig. Diese peinliche Situation. Diese peinliche Situation. What the fuck, das ist auch echt, als wenn da was explodiert ist. Luna hatte ne riesig großes Seelen. Ja, ich hab ein großes Herz. Ein großes Opfer. Ein Verlust, den wir alle hinnehmen werden. Alter, mein Herz klopft so derbe. Alles Leute, aber frei. Hallo Schneckball. Nein. Nein, 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 du. Lügner. Los, renn. Ich bin kein Lügner. Oh. Verdammt. Irgendwo sabotiert sie schon wieder, hat nicht mehr ganz gereicht, oder? Nee, aber hier sind noch Kisten. Hoffe ich mal. Irgendwo. Wo seid ihr bitte? Auf der Map. Oh nein! Nein, 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 keine Panik. Ähm. Ähm. Ja, so machen wir das. Wie soll ich so pusteln? Irgendwie so im Arm. Emo, 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 Emo. Wo bist du hin? Ich brauch deine Hilfe. Äh. Wo bist du denn? Hinten in der Ecke. Nenenenenenenenenenenenenenenenenene. Emo. Warte, in welcher Ecke? Warte, ich hab dich gesehen, bleib stehen. Komm her, komm her, komm her. Keine Sorge, Muddy ist da. Komm her, komm her. Scheiße. Okay, ich komm. Muddy, verabschied. Streiche mich, streiche mich. Ich kann die Löcher mit Baumwolle stoppen. Bitte was? Das wird schon. Danke. Immer dieser Humor. Ja, drei Stück sind noch am Leben, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Ja klar, das muss so. Das muss so. Alter. Sehr gut, sehr gut. Er braucht nicht mehr lang. Schön pflücken, Emo. Schön pflücken. Der hat jetzt gepflückt. War super. Das meiste jetzt als echt Aids. Einer noch. Also gerade als Killer hast du hier wirklich wenig Chancen, weil du ja nichts siehst. Der andere war ein bisschen besser. Hallo. Fick mich! Alter, wie konntest du mich sehen, du Arsch? Ich hab dich gesehen, einfach. Komm zurück. Renn, 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 renn. Yes. Was zur Hölle? What the fuck? Mein Hammer ist lang, Junge. Wiggel, Junge. Long, Long, Alter. Wiggel, 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 Wiggel. Lenk ihn ab, lenk ihn ab. Das schaffst du nicht, Junge. Doch, du schaffst es. Lenk ihn ab. Lauf an das Herz der Karten. Junge. Kai Bang. Scheiß an das Herz der Karten. Müsst du ihn nur noch retten können. Die Frage. Aber Arsch rettet sich nicht mehr. Ich werd's bereuen, aber was soll's. Äh, bleib da. Der kämpft da schon wieder. Ich hör's doch. Ich rieche. Och, Mann, ey. Ich darf euch nicht zuhören. Ich hab's nicht mal. Babababababa, damit du's nicht darfst. Okay. Damit du's versaust. Klappe. Wo bist du, Mann? Oh, Mann, ich bin im Endkampf. Du bist irgendwo hier in dem... Geht dich überhaupt nichts an. Ah, Leute. Leute. Ich soll auch nicht hören. Immer brich ab und wir hätten über Paare. Ah, der kämpft doch. Ah, fuck. Leute. Ich hab' nie mal lange. Ich seh' ihn doch schon da hinten. Ich kann doch nichts machen. Wir können mich hier einfach hier allein lassen. Ja, haltet ihr mich seh'. Ich hab' den Letzten. Wir können raus. Ich bin nicht alleine. Hol' Paare doch vom Haken und raus. Wir können mich doch hier einfach hier lassen. Was seid ihr für Freunde. Also, wir können schon, aber wir sollten nicht. Was seid ihr für Freunde. Was seid ihr für Freunde. Mach schnell. Schnell, schnell, schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. Gleich ist es geschafft. Gleich, gleich. Das ist mein erstes Mal. Tschüss auf, raus. Sehr gut. Die Achtenköpfe. Du hast dich einfach verrecken lassen. Du bist für eine gute Sache gestorben. Er hat da gecampt. Was sollten sie denn machen? Scheiße. Pader, du hast dich geopfert vor uns. Danke. Ey, 1680 Punkte. Was ist das denn für Scheiße? Pader. Der fickt dich, Alter. Sehr schön. Ja, sehr gut. Ja, Maschum hat gezeigt, was er auf dem Kasten hat. Nämlich nichts. Noch nichts. Noch nichts. Noch nichts. Mich hat er gekriegt. Ja, mich auch. Geil. Ja, Freunde. Alles klar, Leute. Alles klar, Leute. Vielen Dank, bis zu sehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, Maschum, du musst doch die Ansage machen, der am Börder ist, gell? Alles klar. What the fuck? Was war das denn? Der war ganz total der... Der Ralph, oder wie der heißt. Ja. Ist das nicht ein krasses Scheiße, oder? Hm? Hm? Ist egal. Du hattest grad einen Glitch-Bug. Du sagst grad, es guckt sich aus wie eine vorgeschäufte Version vom Geist. Na super! Hahaha. Hahaha.